Bereit fürs Neue? Dann holt ihr jetzt das brandneue, limitierte Team Melone Sylvester Design. 100% vorne und hinten bedruckt als abstraktes All-Over-Print. Außerdem gibt's das 13-Jährer Full-Print T-Shirt, Blocky Baby Chaos-Bro und Totem-Plüsch-Tiere. Limitiert nur jetzt auf shop.chaos-prinzip.com Hi Leute, ich bin mal Chaos-Bro-Fitziger und willkommen hier zu einer brandneuen Folge von Minecraft-Hacker hier wieder in meiner saftigen Luschen-Kaffee. Billy, bringst du einen Kaffee? Oh mein Gott, ich bin fast gestorben, mein Fallschaden. Ich muss eigentlich schnell aufpassen. Billy, warum rauchst du schon wieder? Warum stinkst du? Banana-Bread. Oh, Billy, guck mal, das ist viereckig. Billy, was ist denn? Billy! Weißt du, was letzte Folge passiert ist? Wir wurden beobachtet, ausspioniert. Warte mal, stimmt, du warst nicht mal da, Billy. Billy! Wann bist du endlich mein guter Hund und beschützt mich? Oh, ich hab Agility-Leiter, warte mal. Okay, ah, Billy, tschüss. Loll, ich hab so'n Affen-Effekt, guck mal. Denkst du, ich kann damit MLG'n? Oh! Man kann nicht MLG'n, Billy. Man kann nicht MLG'n. Warte, wie auf kann ich mein Totem jetzt ausreizen? Guck mal, das ist wieder... Oh! Ich glaube, warte mal. Ich will das nicht ausreizen, aber Billy. Ich hab in vierten Slot hier mein Totem. Erzähl dir das. Ich glaube, das verbraucht XP oder sowas. Und löst sich dann wieder und regeneriert sich. Habe ich grad XP verloren? Ich glaub' nicht, oder? Bittest du noch mehr Banana-Bread? Leute, letzte Folge reicht's mit mir auschecken. Da war der Hacker hier als, äh, versteckter Kamu-Skin oder so. Ihr habt mir übrigens wieder Stelten geschrieben. Leute, guckt die letzte Folge an. Bei 13 oder 14 Minuten war er irgendwo hier. Hier bei dem Clay. Stand einfach nur so rum. Einmal war er und geh mich irgendwo in Wasser. Leute, ihr müsst mich an alle Stellen schreiben, wo der war. Ey, und hier war er am Ende als, äh, Blätter und hab mich gekillt. Billy. Und hat er mich gekillt? Ich wär jetzt im Echten nicht mehr. Und, Leute, guck mal. Ich denk mir, was passiert hier eigentlich in Hacker, Leute? Ist mein Modback verpackt? Guck mal, Billy, hier ist einfach so ein, äh, die Hose hat sich pink gefärbt von alleine. Ist das normal? Und, Leute, warum sind sie hier Möwen? Nein, ich glaub nicht mein Banana Bread. Okay, Billy. Die Möwe geklaut! Okay, Billy, auf geht's! Billy, Attacke! Attack Billy! Billy setzt, äh, äh, durch von ein, äh, ist was nicht wirklich effektiv. Leute, wer war das? Leute, ich kenn nur einen hier in Minecraft Hacker, der Möwen besitzt. Und nur einen, der so ein Bild bei mir aufhängen wird. Billy, wo schon das ist? Dieser Mauser Laborratte. Fast so wie du, nur halt als Maus. Haha, ein Labor, Billy, bist du? Billy? Billy? Lich Energy! Billy, guck mal. Soll ich dir was zeigen, Billy? Ich hab was richtig Lustiges rausgefunden. Warte mal erstmal, Leute, lasst einen Daumen hoch da. Für mehr Minecraft Hacker. Und für mehr Minecraft Freunde. Ja, gestern kam es hier raus mit 12 Uhr ein neues Projekt. Es heißt nicht, äh, äh, im Titel und Funnel so. Aber es kommt jede Woche Donnerstag und Sonntag raus. Neues Multiplayer-Projekt mit ganz vielen anderen YouTubern. Äh, ich hab richtig geile Sachen schon geplant und schon, äh, erlebt dort, was demnächst online kommt. Äh, soll mich auschecken. Abonniert mich, damit ihr keine Folge verpasst. Wenn ihr neu seid, äh, von, äh, irgendwelchen anderen auf eurem Kanal gekommen seid. Hallo, ich bin Flo. Oh, ich hab meine Dings abgebaut. Das ist ein Minecraft Hacker. Es gibt einen Hacker, der lässt uns komische Aufgaben machen. Das ist Billy, äh, der wird geheatet. Haha. Okay, alles klar. Warte, Billy, du musst herkommen. Warte, ich wollte dir was zeigen. Okay, wirklich jetzt, Billy. Nein, keinen Spaß. Wir, jetzt echt, wirklich. Äh, warum hab ich Elite hier reingemacht? Okay. Und, Leute. Ein anderer Wurschel ist in Minecraft, Freunde. Aber der Wurschel hier aus dem Minecraft Hacker ist immer noch, äh... What the? Oh, Billy, was ist denn das hier? Die Rüstungstehender. Cave-Centipede. Okay, Billy, alles klar. Billy, hier. Schau mal. Guck mal, dass ich rausgefunden habe. Man kann den Elite Energy Core aufsetzen. Billy! Ich bin der Elite Energy Core! Billy! Die Rüstungstehender. Alles klar. Äh, übrigens, Leute. Habt ihr gesehen? Vor kurzem den Short, den ich gemacht habe mit diesem komischen Fisch hier? Dieses... Fortnite-Skin. Boom! Das hat einer aus meinem Discord gemacht. Den Edit fand ich... Übelst fand ich ja ein paar eigene Bilder dazu gefügt. Die ich witzig fand als Fisch. Äh, jeden Dienstag kommen aber immer noch Shorts. Also, morgen, 12 Uhr, kommt eine neue Short raus. Ab morgen starten die richtigen Shorts, ja? Ich habe eine neue, äh, so eine Art Short-Serie geplant. So lustige Sachen, die, äh, Billy, Manfred, Professor Koffer und mir passieren und so. Äh, müsst ihr unbedingt anschauen. Es ist richtig geil. Wir machen jede Folge von den Shorts was Neues. Ist mal was ganz anderes. Ist mal so... Wie so ein Minigame. So, so, so ein Projekt. Nur in Kurzform. Ja, ist mal... Ich bin gespannt. Um mich morgen vorbei schon. Ein Like da lassen. Abonnieren, äh, und kommentieren. Und, äh, vegetieren. Oh! 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 Oh, Leute, da kommt gar nicht... Oh! Der Hacker! Hallo, Hacker! Äh, warte mal, habe ich das letzte Mal gesehen? Ah, stimmt, letzte Folge. Äh, Hacker. Du hast nur mich beobachtet. Äh, ich habe nichts Schlechtes über dich gesagt. Ich habe deine Aufgabe gemacht. Hacker? Oh! Oh! Bellonum 6! Hacker! Oh! 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 Billy, wir haben ein Loot-Ding bekommen. Wir haben ein Loot des Todes. Queen Spider Mother Blade. Billy, ein Spinne-Blade. Mother Blade? Billy, ist das deine Mama? Das ist, glaube ich, stärker als meins. Das Queen Spider Mother Blade. Wir haben ein neues Herz bekommen. Enderperlen haben wir mehr bekommen. Sehr geil. Melonensaft haben wir bekommen. Billy, 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 Billy. Don't do it, don't do it. Warum ist hier der Rüstung still da? Lost Tentacle. Billy, hier. Dentakel. Taddeus Dentakel ist das. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Grappling Sack. Hä, was ist das? What the... Billy, guck mal, das ist so eine... Das ist meine Zunge. Was? Oh mein Gott. Was ist das für ein dummes Item? Loll, man kann richtig schwingen damit. Oh mein Gott, das ist wirklich so ein Grappling-Hook. Oh mein Gott, ich bin ein richtiger Boss geworden hier. Wie viele kann ich machen von denen? Oh mein Gott, jetzt habe ich 10 Level verloren. Okay, also 10 Level kostet es mich. Warte, das heißt, einmal löse ich das noch aus, glaube ich. Oh mein Gott, ich muss echt aufpassen. Warte mal, aber Pool, Leute. War Axel nicht mal grün? Willi, sehr ehrlich, hast du in das Pool reingemacht? Ähm. Da müsste aber ich gelb und ich blau sein. Willi, warum ist Axel blau geworden? Axel, bist du krank? Axel, muss ich die zum Axel-Schweiß-Adoktor bringen? Wo ist denn eine Falltür? Hä? Willi, hast du eine Falltür hingebaut? Oder wer war das? Oh mein, das ist voll. War das schon immer da? Guck mal, Billy. Wir haben hier ein Spielhunde. Hier wohnst du jetzt. Können wir das abbauen? Ich hoffe, nur Axel kommt hier nicht runter. Rum ist Axel grün. Leute. Wollte, der echte Axel entführt. Und ist jetzt in einer Axelhöhle. Oh mein Gott, Leute. Ich habe es gerade gecheckt. Ich weiß nicht, ob das hier... Guck mal. Billy. Es ist die Axelhöhle. Okay, Billy, ich erschlaufe. Ich erschlaufe. Ähm. War noch irgendwas drin in der Chess? Ich glaube nicht, oder? Warte mal, Billy. Billy, die haben so stehen, dass sie erheben sich. Billy, irgendwann kommt der und dann nimmt er die mit. Einen Minzkuchen haben wir hier. Leute, guck mal. War nicht mal hier ein Minzkuchen, ein grüner? Oder was mit dem passiert? Äh. Wo brauche ich den jetzt hin? Ich brauche den jetzt hier drauf. Und war hier nicht mal eine Jukebox. Leute, irgendwas ganz komisches passiert bei meinem Haus. Und ich habe eine Vermutung. Ich weiß, wer oder was das getan hat. Billy ist ein normaler Rüstumständer. Billy, du bist einfach so ein dummer Hund. Billy, Rüstumständer. Nein, Billy, lass den Rüstumständer. Warte mal, das ist der Hacker Rüstumständer. Warte mal. Mach den mal nicht hin. Muss ich vielleicht eine Aufklärung machen mit dem Hacker Rüstumständer? Guck mal. Gebt ihm jetzt ein Schwert. Okay. Trapped a Dings chest. Warte mal nicht. Wir müssen jetzt wirklich mal was Produktives hier machen. Es kann nicht sein, dass wir die ganze Nummern machen. Also, anja, ist das. Leute. Evoking Heart. Was macht das? Soll ich das einlösen? Boom. Oh mein Gott. Das ist ein schwarzes Herz. Mit so einem gelben Blitz drin. Ich glaube, ich habe mir durchgelesen im Mod, was das macht. Ich kenne so grob, was Herzen machen. Ich glaube, Evoking Heart gibt allen feindlichen Monstern oder Mobs im Umkreis von so 10 Blöcken verlangst um 4 und schwäche 4. Also, Monster können uns soweit nichts mehr anhaben. Aber Leute. Apropos anhaben. Leute, ich hoffe, ihr habt schon alle das neue saftige Geburtstag-Design. Ist eine Neuauflage. Letztes Jahr im Februar kam das nämlich raus. Und jetzt haben wir saftige Geburtstage. Es gibt nicht nur Team Melone Geburtstag, sondern saftige Geburtstag. Und ihr könnt hier oben auswählen von 6 bis 16, welche Zahl ihr haben wollt, wie alt ihr werden wollt. Und zu jeder Bestellung von einem saftige Geburtstag-Design gibt es die saftige Geburtstag-Kotogramm-Karte. Limitiert nur so lange der Vorrat reicht hier. Wir haben, glaube ich, so 500 bis 900 Stück gegen sowas von dem. Und jetzt, Leute, Special-Aktion. Wenn ihr bei der Bestellung euren Namen angebt, dann schreibe ich hier euren Namen drauf. Für Max zum Beispiel, ja. Oder wenn ihr euch das alte bestellt hier, ich weiß nicht, ob wir da noch ein paar Karten haben oder ob es dann auch die neue gibt. Ich glaube aber, wir haben noch ein paar alte, lila, blaue Karten. Da ist auch der Name für euch draufgeschrieben. Ultrasick, alle Shop.com, kaoswitzig.com. Leute, jeder von euch, der im Shop einkauft, unterstützt nicht nur mich, sondern auch meine Projekte und Serien, um das Ganze noch aufwendiger und cooler zu machen. Billy, was machst du schon wieder? Billy, was der... Billy, was macht der Rüstungsteuer da drüben? Billy, du sollst dich nicht rumschubsen. Warte mal, was zum... Billy, wo bist du? Versteck dich da oben. Hä, wo ist er hin? Nur, ist das ein Hacker-Rüstungsteuer da? Warte mal, Leute. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen vor. Den hat der Hacker platziert. Es kann sein, dass der irgendwie einen Hack oder so drauf hat. Er ist weg. Warte mal, kann ich euch vertrauen, hier ihr Rüstung... Was zum... Billy, schießt du da? Billy, wo bist du? Billy? Billy, geil, wo du bist. Bleib versteckt. Oh mein Gott. Billy, wer... Billy, er schießt die Rüstungsteuer da. Weil da unten ist es der Rüstungsteuer da. Wo war der Rüstungsteuer da nicht gegangen? Da, der. Ligianergy. Hä? Oh. Ähm. Ich hab sie schon gemeint, Rüstungsteuer da. Oh mein Gott, ist das... Oh mein Gott, ist das... Oh mein Gott, ist das verflucht, der Rüstungsteuer da. Leute, Billy, wo schießt das? Was hast du getan, Billy? Warum lebt der? Okay, Leute, es wird Zeit, die Höhle abzuzünden und abzubrennen. Irgendwas ist hier ganz kaputt. Ähm, okay, ich glaub, ich weiß, wo man mehr ist. Weißt du, Schöner, ich weiß, es sieht aus, als ob das hier Haltung auf engstem Raum ist für deine Gebrüder. Aber es ist nicht so, wie es aussieht, Rüstungsteuer. Ich kann's erklären. Oh, mein Tod im Herz ist jetzt aus. Ähm, das heißt, jetzt bin ich verwundbar. Billy, wo bist du? Wo ist er? 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 Du dumme Möwe! Billy, geh die Möwe. Und ich hab einen Bartlikleblock hart. Alles geil, Leute. Genau das hat in meinem Leben gefehlt. Ein hart Bartlikleblock. Billy! Guck mal, wollen wir Wettkrettern machen? Wettkrettern, Billy! Wo ist er? Oder die Möwe, meinst du? Billy, was passiert? Sprich mit mir, mein Kind. Ah! Der Rüstungsteuer ist zurück! Versteck dich! Ja, bleib versteckt, Billy, bleib versteckt! Oh no, hier ist einer. Oh mein Gott, hier ist der Rüstungsteuer ertrunken. Ich glaub, deswegen ist er mad. Okay, Rüstungsteuer, ich nimm alles zurück. Du kannst deine Gebrüder befreien. Oh no, no, no. Warte mal, hab ich jetzt meine Vogue hart überhaupt noch? Ja, hab ich. Warte, wo ist er? Ich li- Oh! Billy! Hier lieg ich? Leute, mit meinem saftigen Geburtstagsschwör. Leute, rechts oben hier. Gönnt euch hier. Vor allem, wenn ihr bald Geburtstag habt, ist es nice. Die sind abgebaut? Okay, 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 warte, warte. Äh, wir müssen uns werken, welcher das ist, damit wir die nicht wieder beschwören, einfach sindlöch. Warte, warte. Wir machen das so. Verfluchter Rüstungssteuer. Stehender. Okay. Ich glaub, dann merken wir uns. Was zum... Frecher? Was ist das, Leute? Ist das eine Falle vom Hacker? Oh mein Gott, zum Glück hab ich meine Evoking hart. Sonst hätten die mich wahrscheinlich gewonnen. Brauchst du Hilfe? Lauf. Leute, was war das? War das eine Hackerfalle? Oder war das eine Falle von Easy? Ich glaub, es war eine Hackerfalle von Easy. Leute, ist das ein Boxkampf? Sind wir hier bei WWE oder wie das heißt? Wir sind hier bei, äh, Billy sucht die Supersau oder so. Leute. Oh mein Gott, hat Easy Barriereblöcke bekommen. Ähm. Ich weiß nicht, ob wir das sprengen wollen. Wir können es re-usen. Vielleicht gegen Easy. Oh mein Gott. Oh, ich bin die Kumpel. Wir sind jetzt hier ganz oben auf dem Berg. Schau mal, was meine gute Aussicht hat hier. Lass einen Daumen hoch. Da bis zum nächsten Mal. Shop.causwattie.com Abonniert mich. Hör da rein. Und ciao, Leute. Bereit fürs Neue? Dann holt ihr jetzt das brandneue, limitierte Team Melone Silvester Design. 100% vorne und hinten bedruckt als abstraktes All-Over-Print. Außerdem gibt's das 13-Jährige-Fullprint-T-Shirt. Blocky, Baby-Caus-Fro und Totem-Plüsch-Tiere. Limitiert nur jetzt auf shop.causwattie.com